Wenn Atlas unter seine wichtgen Würde fast müde werden will, wenn sich die Schulter biegen, worauf des reiches Schwedelsorgen liegen, so bietet Herkules im Hand und Achsel an. Er trägt an seine Stadt die Prechtgebürde und hilft das Ruderlenken, dass Jena sich dabei erholen kann. Wenn nun also ihr Edlen, ihr Getreuen bei seiner schweren Last der Mathegeist auch muss auf einen Stützen denken, hab ich den Schluss gepasst und darf mich hoffentlich nicht scheien, den Fürsten Boris vorzuschlagen, Stadthalter in Moskowien zu sein. Ich spiele unter Tänisch ein, die Wahl muss jedermann behagen, wir alle sein, die vergnügt. So nimm nun in den Stab das Zeichen deiner Ehre, der wird dich jetzt gewähren. trainiert, Amen.